Herzlich Willkommen hier beim Wheeler of MMA Podcast. Wir haben Sonntag, das heißt ab morgen beginnt die Fight Week für UFC 264, Conor vs. Paul Ray 3. Die beiden liefern sich jetzt schon eine kleine Diskussion auf Twitter. Viel Spaß bei dieser Episode. Lasst aber vorab gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr das Ganze bei YouTube hört oder alternativ ein Daumen, kein Daumen, sondern ein Follow bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Conor McGregor und Dustin Paul Ray. Ja, also Dustin Paul Ray hat ein Interview bei ESPN gegeben, Conor McGregor noch nicht, beziehungsweise, man kann es auch anders formulieren, das von Conor wurde noch nicht veröffentlicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass McGregor kein ESPN-Interview gibt. Ich verstehe es, wenn McGregor jetzt keine Interviews für andere Portale gibt, MMA Fighting, Helwani oder sowas. Aber, dass McGregor nicht für den Übertragungssender der UFC ein Interview gibt, halte ich für unwahrscheinlich. Wahrscheinlich kommt da in der Fight Week noch etwas. Aber Conor McGregor hatte von Dustin Paul Ray verlangt, nicht zu ringen. McGregor sagte, hey, komm, wir machen eine kleine Abmachung. Der, der als erstes ringt, ist ein kleiner Feigling. Und daraufhin sagte Dustin Paul Ray, ne hör mal, wir sind hier im MMA. Hey, wieso machen wir nicht einfach, der, der als erstes zu Boden gebracht wird, ist der Feigling von uns beiden. Ja, auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Conor McGregor hat daraufhin reagiert, hat gesagt, hey, hör zu, damals im Kampf, im Clinch habe ich dich verprügelt. Du hast deine Trainer nach Hilfe gefragt, du hast nach Hilfe geschrien und so weiter und so fort. Und dann gab es weitere Aussagen von Conor McGregor in einem Instagram-Livestream. McGregor sagte, wenn Paul Ray MMA will, dann kriegt er MMA. Spannende Aussage, vor allem, weil die Sportart nun mal MMA ist, also ist von vornherein klar, dass die beiden MMA kriegen. Ist ja ein MMA-Fight am Ende des Tages. Aber nichtsdestotrotz zeigt es hier schon ziemlich gut, Conor McGregor weiß ganz genau, worauf Dustin Paul Ray in diesem Fight hinaus möchte. Dustin Paul Ray's größte Stärke wird sind Ring sein und nicht mehr die Calf-Kicks. Und genau das wird Dustin Paul Ray versuchen zu nutzen. Ich rechne persönlich damit, dass wir sehr viel Ringen von Paul Ray sehen werden im dritten Fight. Und eine sehr gute Takedown-Defense von McGregor. Und wahrscheinlich rechnet McGregor auch eben mit diesen Takedowns, mit diesem Ground-Game. Und genau aus dem Grund sagt er, hey Dustin, der Erste, der einen Takedown macht, das ist ein kleiner Feigling. Aber Paul Ray, ja, der hat, wie eingangs bereits erwähnt, ziemlich gut gekontert, ziemlich klug gekontert auch, muss man sagen. Und dann war es das mit dieser Episode. Wer ist der wahre Feigling? Freut ihr euch auf die Fight Week von Conor vs. Paul Ray 3? Und vor allem, wer gewinnt den Kampf? Schreiben wir eure Meinung unten rein. Folgt bühler auf MMA auf Instagram. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.